Weihnachten ist dieses Jahr nicht in gewohnter Weise möglich. Es gibt Grenzen bei den Familien, Grenzen bei den Kontakten, Grenzen bei den Gottesdiensten. Wir vom Bistum Augsburg möchten Sie dabei unterstützen, dass Sie Weihnachten zu Hause in guter Weise begehen können, dass Ihnen die Botschaft von der Krippe auch zu Hause nah sein kann, dass Sie ein Stück von diesem Licht von Weihnachten erspüren können. Natürlich wäre es schön, wenn Sie in die Kindermette oder in die Christmette gehen können. Selbst wenn Sie das können, vielleicht fehlt Ihnen dann etwas. Deswegen haben wir auf diesem YouTube-Kanal vom Bistum Augsburg eine Playlist zusammengestellt mit einer Vielfalt von Angeboten, sowohl für die Kinder und Familien als auch für die Erwachsenen. Es wird die Kinderkrippenfeier geben, als auch die Christmette vom Bischof dann etwas später. Es gibt unterschiedliche musikalische Formate, die Orgelmusik, die Domsingknaben, auch junge Klänge. Sie werden Weihnachtsgrüße bekommen, Impulse, Geschichten und vieles mehr. Lassen Sie sich inspirieren, nehmen Sie etwas von Weihnachten nach Hause mit. Herzlichen Dank an dieser Stelle allen, die sich in den letzten Tagen und Wochen teils mit Hochdruck an die Sache gemacht haben. Aus den Diözesanenstellen, aus den Gemeinden, aus den kirchlichen Einrichtungen, hauptamtlich wie ehrenamtlich. Im Namen aller Beteiligten, trotz der aktuellen Situation, wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachten. Untertitelung des ZDF, 2020